Woche 35 Shri Guru In seinem Buch »Der Weg des großen Yogis« beschreibt Dilip Kumar Roy zwei Arten von Suchenden. Wenn der Erste den Herrn zu sehen wünscht, geht er zum Torhüter und bittet bescheiden, ob er ihn zum Herrn bringen möchte. Der Pförtner erklärt sich bereit, da dies ja seine Aufgabe darstellt. Wenn sie nun durch sein Reich gehen, mag der Mann hier und da immer wieder stehen bleiben, um die Gärten und die Spaziergänge zu bewundern. Doch so wie er dies tut, erinnert ihn der Pförtner hier entlang, bitte, wenn sie den Herrn zu sehen wünschen. Verlieren sie keine kostbare Zeit, diese wundersame Gegend zu betrachten. Sie sind beim Herrn angemeldet und so führt er den Mann auf dem geradesten Wege zum Herrn. Daneben gibt es noch den Weg des Diebes. Er bittet niemanden, sondern klettert über einen Zaun. Dabei hat er keine Ahnung, wo der Herr ist. Er muss hier und dort schauen und verbringt eine Menge Zeit bei der Suche. Er hat Angst vor dem Wächter und den Hunden des Herrn und klettert deshalb durchs Fenster. Er flüchtet sich in ein Hinterzimmer und rennt wieder heraus, in der Hoffnung, dass niemand die paar Früchte entdeckt, die er aus dem Garten entwendet hat. Eigentlich muss er sich vor dem Herrn verstecken, da die Weise des Eintretens eine eigenmächtige war. Da er dem Herrn nicht zu begegnen vermag, macht er sich mit ein paar gestohlenen Früchten wieder von dannen. Ohne um Eintritt zu bitten, gelangt man nicht zu Gottesbegegnung, sondern wird letztlich mit ein paar Nebensächlichkeiten abgespeist. Die Instanz des Pferdners, wo man bitten lernt und die einen Radha-Krishna vorstellt, nennt man Shri Guru. Die betende Seele erkennt, dass Gottes Interesse an einem Selbst sich vor einem kristallisiert in einer Gestalt, die man deutlich hören und wahrnehmen kann. Diese Gestalt nennt man Guru. Er formuliert in hörbarer Sprache genau das, was einem Krishna von innen viele Ionen zuzusprechen versuchte. Wenn Krishnas Gnade übersprudelt und er eine Seele wirklich zu sich nehmen möchte, kondensiert sich sein Wunsch nach der Seele in Gestalt des Guru. Sein Herz durch stilles Dienen kennenzulernen, bedeutet, in Radha-Krishnas Gegenwart zu wandeln. Der spirituelle Lehrer durchschaut nicht alles, kennt nicht alles und in dem Sinne ist seine Führung nicht eine pädagogische, die genau wüsste, was das Gegenüber nun braucht. Er ist selber in Radha-Krishna vertieft und natürlicherweise fließen so inspirierte Worte ins Herz der Seele ein, welche sie zutiefst nähren auf ihrem weiteren Pfad. Es ist Krishnas kondensierte Führung. Gott begleitet jede Seele seit unzähligen Leben von innen aus. Doch bleibt sein absolutes Wesen verborgen und seine Gestalt unsichtbar. Man mag die Gewissheit seiner Existenz haben, aber nicht eine Einsicht in seine spezifische Natur. Im brennenden Wunsch, nicht nur über seine Existenz zu ahnen, sondern ihm direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen, beginnt sich die innere Führung im Außen zu konkretisieren, in Gestalt des Lehrers. Das Guru-Verständnis ergibt sich aus der Liebe Krishnas zu seinen reinen Geweihten hin. Shri Krishna, der Allanziehende, ist von ihnen selber angezogen. Die Bhakti im Herzen von Krishnas Geweihten wirkt selbst auf Shri Krishna anziehend. In Klammer Shri Krishna Akarshani Ich renne immer hinter meinen Geweihten hinterher, sodass ich vom Staub ihrer Füße gereinigt werden möge. In Klammer Shri Krishna im Shri Madhvagavatam 11.14.16 Dies impliziert, dass Gott in ihrer Gegenwart zu einer greifbaren Wirklichkeit wird. Unser Leben ist nicht mehr das allein auf sich Selbstgestellte in der Schöpfung herumirren. Nicht mehr ein blindes Herumtapsen. Es ist nun, dass von unzähligen erstaunlichen Persönlichkeiten, mit denen wir historisch gesehen nicht einmal unbedingt zeitgleich hier existieren müssen, an der Hand genommen werden. Die spirituellen Entdeckungen sind nicht das Resultat unseres Mühens hier, sondern das Resultat des sehnlichen Wunsches großer Seelen, den Liebesdienst zu Radha Krishna auszudehnen, welcher auch uns mit einbezieht. Und die erwachende, brennende Sehnsucht in uns ist auch nicht die eigene Errungenschaft, sondern ihr Gelingen, durch alle Bedeckungen hindurch, sich bis in unser Herz vorzuarbeiten. Die Seele, die außerhalb der Gottesbeziehung lebt und versucht, diese Sehnsucht nach der Gottesheimkehr mit den Weltendingen zu substitutionieren, wird zu einem gänzlich maßlosen Wesen. Die Intervention von Sadhus, deren Gottesliebe immer fasziniert, gewährt der endlosen Gefräßigkeit Einhalt. Dies geschieht nicht durch Disziplin und einer bewussten Anstrengung des Einstellens, sondern durch die erkannte, freudige Erfahrung, dass unsere wirkliche Heimat nun nicht mehr weit ist. Dieser Duft und diese Ahnung der Heimat entströmt der Präsenz Shri Gurus. Es braucht die Gegenwart des Meisters für längere Zeit, um Weisheit wirklich zu verinnerlichen. In dieser Präsenz achtet er genau darauf, dass das erworbene Wissen nicht wieder auf die alte Identitätsstruktur abgebucht wird und so zu einer Form der Arroganz würde. So wird das Heilige nicht mehr eine Form von Überhebung über andere. Shri Guru lässt mich die Mentalität der ewigen Welt berühren. Dann beginnt die Faszination, mich dahin zu tragen. Angira Muni kommt zu König Chitraketu und ist bereit, ihm das höchste Geschenk zu geben. Aber er sehnt sich nur nach Nachkommenschaft. Wenn dem Wunsch nach innerer Freiheit nicht absolute Priorität geschenkt wird, vermögen uns alle Heiligen, welche eine Gnadenmanifestation Gottes sind, nicht zu verändern. In Klammer Bhagavatam 6.14.14 Der Weg zu Gott hängt also nicht nur von der Gemeinschaft mit einer reinen Seele ab, sondern vorwiegend von der eigenen Grundeinstellung, der Motivation, der Zuwendung und der eigenen Bereitschaft zur Beschenkung. Diese verändert sich offensichtlich auch nicht automatisch in der Gemeinschaft selbstverwirklichter Seelen.